Musik Moin Leute, Timings hier. Wir spielen zum ersten Mal mit Sebo Random Squats. Ich weiß gar nicht, ob Sebo Fortnite gespielt hat, aber das Format hat auf jeden Fall noch nie gemacht. Wir sind beide mega scheiße. Wenn wir Leute finden, die super cool sind, kriegen die vielleicht 50 Euro. Aber nur, wenn wir auch den Vibe mega fühlen und wenn wir den Win holen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Highlights der Aufnahme und natürlich im Item Shop. Trader Code nicht vergessen. Kostet euch nichts. Timings eintragen, annehmen, drücken, hält zwei Wochen. Ist geil. So Sebo, hast du das jemals schon mal in deinem Leben gemacht? So jetzt random nicht? Nein. Ich hab wohl mal Fortnite, wann war das? Boah, sagen wir mal ein Jahr her. Es war zu schwer. Du hast mal vor einem Jahr Fortnite versucht. Ja, es war aber wirklich schwer. Ich saß hier morgens dann um 8 Uhr, hab den Rechner angemacht, dachte, yo, das ist die richtige Zeit für Fortnite. Ja, weil dann, das war nix. Anfangs hab ich mich halt gefreut, aber dann sagten alle Leute so, yo, das sind nur Bots. Ja, stimmt. Die erste Runde ist nur Bots. Ready up. Die sind jetzt zum Beispiel Level 8 und 15. Das ist schon echt richtig scheiße. Okay. Wow. Das ist einfach Fortnite. Ich sitze hier in Fortnite. Ist das geil, oder? Ist das geil. Oben links sind die drin. Da sind ja, hallo? 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 Hallo, Team. Hallo? Die reden nicht. Hallo, Team. Wollt ihr nicht mit uns sprechen? Hör dann das raus. Ja, dann das raus. Kannst du mich immer mitnehmen? Nee. Ja, ist auch schwierig, wie man damit dann umgeht, wenn die Leute so nervig sind. Ja, richtig. Kannst du dich einfach sagen, ey, du nervst. Ja, ja, genau. Wenn du gar nicht klarkommst, können wir später auch noch ohne Bauen spielen. Alan ist die beste Verteidigung. Ich brauch keine Bände mit Bauen hier. Hallo, hallo. Moin. Moin. Wer bist du, wenn ich fragen darf? Wer? Ich? Ja. Was ist da los? Ich bin gerade gestern geworden. Was war die Frage? Er hatte gefragt, wie alt ich bin. Dann hab ich dich aber auch sofort das erste Mal gefragt. Zahnbott. Leute, das ist jetzt wie... Oh, ihr müsst mir schon Bescheid sagen, ne? Wir sind ein Team. Wir müssen zusammenspielen. Mhm. Seid ihr beide Duomates? Die Gastron, Soundboard. Okay, du hast jetzt die Wahl. Du musst dich festlegen. Bin ich ein Soundboard oder nicht? Ey, Traymax. Ja? Ähm, sag mal meinen Namen. Nee, ohne Namen. Ja, okay, Soundboard. Ja, dann ist klar, ne? Also, wenn ich den Namen nicht sage, das ist Soundboard, richtig? Ja, okay. Okay. Okay, dann... Okay, ich glaub dir das, weil ich was okay? Okay. Der hat eine Shotgun und ich hab eine halbautomatische Drecksniper. Das ist mein erster Early-Dead des Tages. Traymax, bist du grad live? Alter, Sebo, schaffst du, das schaffst du, Sebo. Oh, Sebo, wir sind tot. Traymax, bist du grad live? Rudolf war ja wieder. Wir konzentrieren uns nur aufs Spiel. Ja, wir sind. Wenn wir uns nur aufs Spiel konzentrieren, können wir alles schaffen. Zwei Stück an unserer Leiche. Come on, ihr schafft das. Ihr macht das. Entfacht das Feuer in euch. Ja, ja, macht das. Ich bin grad heftig am Verbluten. Ich auch. Ich bin totgeblutet. Gerold Steiner, bleib bei uns. Ich schau das, Stress. Ja, ich bin verblutet. Wow. Ich bin verblutet. Wer ist der Kürbisskin? Äh, ich bin der Nosekin. Wer ist der Nosekin? Also der Kürbisskin, der ist schon mal richtig Arschspitze. Wie gut bist du, der Nosekin? Der mit mich wirklich. Also ich bin der Mädchen Nosekin. Okay. Okay, also wenn wir die Runde gewinnen, bekommt ihr 50 Euro. Und wie soll ich die kriegen? Wie alt bist du? Zehn. Dann gar nicht. Aber deine Eltern können die 50 Euro kriegen. Ja, und wie sollen meine Eltern das kriegen? Per Gutscheincode. Ja, okay. Aber kannst du dann PS... PSN-Code für deine Eltern? Ja. Okay. Damit sie deine Eltern V-Bugs kaufen können, ne? Ja. Richtig. Okay, ja, kriegen wir hin. Weil ich hab eh Geburtstag. Meine Eltern wollten mir eh PSN-Karte holen. Ja, genau. Wann hattest du Geburtstag? Was? Wann hattest du Geburtstag? Im Juni. Oh, das ist ja gar nicht mal so lange her, ey. Alles Gute nachträglich. Alles Gute zum Geburtstag, nachträglich, Mann. Im Juni hattest du Geburtstag? Ja. Ja, ist ja perfekt. Ey, sei ehrlich. Dann kommen die 50 Euro wie gerufen heute, oder nicht? Also, weil du im Juni Geburtstag hast. Und du kriegst am 11. Dezember 50 Euro. Das ist doch mega. Nein, ich meinte für Weihnachten krieg ich halt. Ich krieg für Weihnachten 20 Euro eigentlich. Okay. Oh, wir sind Gegner? Ich werd beschossen. Ich hol den Bogen. White, white, there's one shot, there's one. Schießt du den Baum weg? Ist er tot? Hinter uns, oder? Nein. Ich hab ihn, Leute. Ich würd's auf jeden Fall ultra fühlen, wenn wir die Runde gewinnen. Ich hab grad jemanden vom Gebooten. Abgehalten? Ja. Oh, unter der Brücke ist einer? Ja, 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 den hab ich grad gescheatrackt. Hit, 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 hit. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay, ist dir. Okay, hat jemand Munition? Ist es, machst du grad ein Video oder live, oder? Ich bin grad live. Wirklich? Bin ich ein Soundboard oder bin ich der Echte? Was glaubst du? Äh, Echte. Warum? Ja, also Name weiß ich ja nicht, aber hörst du schon ein bisschen echt an. Aber ein Soundboard hört sich auch echt an, ne? Ich weiß. Hä, warum denn Soundboard? Wer, wer ist das denn? Bist du Geroldsteiner? Ja. Ah, okay. Kannst du dich aber Gerold nennen. Ja, okay, Gerold oder Trimax halt. Oder Gerold. Ja, einfach Gerold. Oder Trimax halt. Gegner vor mir, hab einen. Sie sind ein komplettes Team. Ich komme, ich komme. Sie jagen mich. Ich komme hier nicht aus dem Haus raus, bin ich dumm. Oh, oh. So passiert. Der Einer drin ist One-Shot und der ist richtig schlecht. Ja, ich... Hab ihn. Ich gehe von hinten. Oh mein Gott, ich habe noch einen. Da liegt einer Down, keine einer Finishing. Ja, ich finish den. Bei mir sind zwei im Haus. Das kann ja noch Geschwander noch... Der hat eine Krone. Team, komm mal und pushen. Hab einen Knock im Wasser. Wichtig. Ich gebe es die Treuer-Position. Man darf auf gar keinen Fall verlieren. Einer hat, äh, links sollen einen, äh, 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 80er. Der eine ist white, der eine ist da oben white. Ey, ich rage quitte mein Leben, wenn ich jetzt keine AR-Schüsse kriege. Hab einen Knock oben, hab einen Knock oben. Alter, du spielst stabil. Weitermachen. Oh, was kommt jetzt hier von einem Alarm? Warum ist bei dir Alarm? Keine Ahnung! Weil du so krass am Performen bist. Richtig, du bist am Brennen, Junge. Das ist der Fortnite-Alarm. Digga, der Fortnite-Alarm bimmelt bei dir. Ich geh, ich geh lieber, ich geh wieder, ich geh lieber weg. Bei mir ist ein Gegner. Ich geh, ich geh, ich geh bis zu meiner Zeit. Ist das vielleicht ein Rauchmelder, Digga? Brennt bei dir die Bude? Keine Ahnung! Bring dich in Sicherheit. Scheiß auf die 50 Euro. Doch. Nein, das ist, das ist keine Ahnung. Deine Wohnung brennt, du musst los. Digga, meine Wohnung brennt eben nicht. Geh in Deckung. Bist du alleine zu Hause? Nein, meine Mom. Trag mal, was das für ein Alarm ist. Aber vielleicht auch... Der eine ist white bei mir. Hey, die Zone. Hab ihn noch. Ey, vielleicht ist aber auch die Spülmaschine fertig. Kann auch sein. Ich werd beschossen. Ich bin komplett one-shot. Ich muss jetzt aus der Zone raus. Ich danke dir für diese Rettung. Ich werde dich nicht retten. Wieso? Wenn beide sterben, dann ist die Heldenhaft aus. Das stimmt. Chat, sagt mal bitte, wie aggressiv es euch macht. Ich habe Sprinten nicht gemeintet. Hast du Heilung gehabt? Nee, gar nichts. Oh, du Verräter! So, jetzt schau mir zu, Sebo, und lerne. Ja, ich schau dir zu, wie switcht man hier Teammitglieder. Oh mein Gott, hab ich das doch... Alter, das war ohne Witz das Krasseste, was ich hier gemacht habe, gefühlt. Ich bin mir nicht sicher, ob du der echte bis gerade im Moment, weil du so aggressiv radredest. Ja, weil es das überall krasseste Game gerade ist. Ja, wir sind halt wirklich gut. Wir sind wirklich Feuer und Flamme gerade. Komm, lass den Ruhe. Ich finde... Ey, wir können uns hier hielen. Wir können uns hier hielen. Steps neben mir, Steps neben mir. Der ist down, der ist down. Wir können Heilung nehmen von ihm. Oder hat der überhaupt Heilung? Ist noch einer? Oh mein Gott, das ist ein ganzes Team. Egal, ich bin tot. Sorry. Oh, für... Bei mir ist einer noch. Ich bin gegen den Fluss. Komm zu mir. Wenn du es schaffst, dann kannst du hier den Hammer holen. Ich bin tot. Noch eine Runde. Was ist das denn für eine... Also, sorry für die Ausgabe. Was ist das für eine gigantische Scheiße? Noch eine Runde. Genau ein Team, das uns aus der Zone abfängt und uns in die Zone reindrückt. Ist das bitter. Ey, wir können leider nicht noch eine Runde. Wir spielen mit jedem nur eine Runde. Aber du hast echt... Du warst der Beste aus dem Team. Aber das ist auch hart. Hier, dieser Blast 1-1-0. Das war der schlechteste Fortnite-Spieler, dem ich in sechs Jahren Fortnite begegnet habe. Ich hatte neun Kids. Ja, und dieser Blast... Ey, ohne Witz. Wir haben nur verloren wegen diesem Blast. Auf den kannst du richtig sauer sein. Schick ihm am besten noch eine direkte Nachricht irgendwas. Schreib ihm, was du willst. Wirklich. Ja, okay. Ciao. Alles klar, hau rein, ne? Okay, macht's gut, ne? Und ich gucke, ob ich jetzt ein YouTube-Video bin. Wir haben verloren. Du bist nicht im YouTube-Video. Wir haben verloren. Wer ist im YouTube-Video drin? Schade. Alles klar, hau rein, lieber Rally. Gibt's denn da? Ja, so, eigentlich wie heißt es, wieso, dass man zweiter Account war. Weil man eigentlich Account ist jetzt, äh, weglästig abgeschmiert. Ja, okay, dann wünsche ich dir doch einen schönen Tag, ja? Ja, okay, ciao. Mach's gut. Einfach Trimax getroffen, wer kennt's? Man kennt schon ein paar mittlerweile. Mach's gut, ciao. Tschö. Mach's gut. Aber weißt du, was ich denke? Da waren Bots, weil einer hat die ganze Zeit so locker... Ja, ja, da waren Bots, da waren Bots-Teams dabei. Da waren Bots-Teams dabei. Aber es waren auch keine Bots dabei. Das Team, was wir in der Stadt getötet haben, waren keine Bots. Wenn wir fertig sind, sagen wir immer Tschüss, gehen aber nicht. Und dann hört man sie noch. Ich weiß. Oh, weil weißt du das? Weil ich das dann ganz gerne gucke, weil ich immer so auf so irgendwelche ganz Hardcore-Assisten warte. Dann bin ich lachen können. Ist richtig. Oh, guck mal, jetzt krieg ich langsam Hunger. Und dann denke ich immer, oh, was mache ich jetzt heute mit Essen? Bam. Noch vier Pizzen. Was für Pizzen haben wir denn zur Auswahl? Oh Gott. Frag nicht. Okay. Ja.